So, wo bin ich jetzt? Ich möchte irgendwie gerne am Rand laufen, weil... Ich hab Angst. Das ist doch die Musik, wenn der Dicke kommt, oder? Das ist doch die Musik, die dann immer kommt. Ne, oh ne. Ich hör schon die Ketten. Und es laggt. Oh nein. Bitte geh hier drauf. Bitte. Hallo. Ich bin nur weg von dem Dicken eigentlich. Was? Boah, der läuft da unten doch rum, oder? Ich hab Ketten gehört. Scheiße. Ich hab langsam echt keine Lust mehr auf den Dicken. Ohne Witz. Der macht mich krank. Sprung. Au. Batterie. Direkt mal wechseln. Und jetzt? Oh ne, ich guck erstmal noch hier im Garten rum. Da bin ich hergekommen. Boah, ich bin so orientierungslos hier gerade. Ohne. Nein, wo bin ich? Oh Gott, geht da durch. Fuck, wo bin ich jetzt gelandet? Oh, aber ich glaube, ich bin richtig, oder? Bin ich richtig? Oh, scheiße. Ach, scheiße, Mann. Okay. Okay. Einmal kurz durchatmen. Was hat geklappt? Huch. Kommt der hier immer noch rum? Ne, der steht da, wa? Tja, Junge, hier kommst du nicht durch, wa? Ich hoffe, dass der wegbleibt, jetzt ehrlich. Also, eigentlich will ich ja gar nicht wieder rein, wo ich doch schon mal draußen bin. Ist doch total bescheuert. Mädchen tragt, beziehungsweise Frauen tragt. Geil. Boah, wenn der Dicke jetzt nochmal kommt, ne? Was zur Hölle ist das? Wasser nicht trinken. Ja. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen, als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Okay, drehen wir jetzt völlig am Rad. Bäh. Bäh, bäh, bäh. Ein Blutbrunnen. Da hüppe ich bestimmt nicht rein. Batterie! Juhu! Und jetzt? Ich gehe erstmal dahin, wo Licht ist. Hauptsache, der Dicke bleibt weg, ne? Oh, da knackt es. Ah! Was? Wir müssen jetzt echt wieder rein, oder was? Ey, wir sind doch gerade erst rausgekommen. Ist das euer Ernst? Boah, Junge. Können wir nicht hier einfach über so einen doofen Zaun klettern? Ich nehme so ein bisschen, äh, hier, Gepiekse in Kauf. Hauptsache, ich bin hier raus. Jetzt gehen wir wieder rein. Das finde ich richtig scheiße. So, sind wir dann jetzt im Frauentrakt, oder was? Heilige Maria. Das gefällt mir nicht. Ah! Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu kommen. Ähm. Nee. Eigentlich möchte ich überhaupt nicht zu dem. Ich traue dem nämlich kein Stück. Oh Gott. Oh Gott. Ah, da sitzt doch wieder einer. Hi. Oh, noch eine Batterie. Cool. Jetzt werden wir damit beschmissen, was? Naja, ich will mich nicht beschweren. Oh, und es raschelt schon wieder. Und ich rate mal, einfach so, äh, dass der Dicke wiederkommt. Den werden wir nicht mehr los. Da bin ich... Da bin ich... Das ist aber nicht der Dicke. Okay, Batterie wechseln. Mach ich das auf? Komm. Oh, es ist zu. Haha. Haha. Boah, hier mag ich es nicht drin. Ist der Typ hier auch weg? Na, der wird uns wahrscheinlich dann jagen demnächst. Ich dachte, wir sind hier im Frauentrakt. Wo sind denn mal Frauen? Nein. Da sind schon wieder so Regale. Ich brech ab. Was blubbert denn hier so laut? Ja, na klar. Natürlich. Boah. Ich hab den schon wieder gesehen da. Wie kommt der jetzt hier rein? Mann. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Mann. Mann, wie ist der jetzt wieder hier reingekommen? Scheiße. Was passiert da? Was passiert da? Das Geräusch in der Maschine. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Oh, da wird doch irgendetwas gehäckselt. Fuck. Nee, ich will da nicht durch, weil da der Dicke wieder ist. Ich weiß es ganz genau, dass der hier wieder rumgeiert. Und er wird mich wieder fertig machen und ich verstecke mich wieder irgendwo und komme nicht raus. Mann.